Meine Mama sagt, es ist gut, okay. Soll ich das vom Fenster aus? Ja. Gut. Ich mache es von hier drinnen, okay? Dann muss es ruhig sein. So, ihr habt gerade die Wahrnehmung von meiner Mutter gehört. Das ist jetzt gefährlich. Es war jetzt gerade riskant, was ich gemacht habe. Entschuldige mich auch dafür sehr extrem. Das ist ein hammermäßiges Stroboskop-Gewitter mit Kurbelblitze, Kugelblitze, allem möglich drum und dran. Fenster habe ich aufgelassen wegen dem Sound, den ich ein Soundbild kriege. Fenster habe ich ein bisschen Spaß gemacht. Und auf Fenster habe ich unter den Kopf gesucht. Und auf den Kopf gesucht. Das ist ein super Gewitter. Das ist ein super Gewitter. Das ist ein super Gewitter.